hi in diesem video erfährst du alles über den shelly 1pm mini in der dritten generation dieser neue kleine smarte schalter löst das vorgängermodell ab den shelly plus 1pm mini ein äußerlich hat sich jetzt nicht viel getan oben rechts findest du wie gehabt den anschluss für die stromversorgung links dann mit o markiert den output also für einen verbraucher mit maximal 8 ampere und 2000 watt und an die schraubklemme sw kann ein schalter oder ein taster angeschlossen werden soweit ist dieses auch identisch mit dem vorgängermodell wie erwähnt auf der rückseite finden wir dann im gehäuse eingelassen einen kleinen taster mit welchem man einen reset durchführen kann das heißt ein neustart oder wenn du diesen fünf sekunden gedrückt hältst dann führst du ein werksbeset durch das heißt alle einstellungen die vorgenommen wurden werden entfernt und durch die standardeinstellungen ersetzt was jedoch nicht geschieht ist dass die verbindung zur cloud getrennt wird oder zu deinem konto das musst du dann halt noch mal selber über die shelly app oder über die cloud machen das kleine unscheinbare loch hier da verbirgt sich eine led über diese können wir dann den status sozusagen ablesen wenn diese blinkt dann startet dieser neu oder wenn sie dauerhaft leuchtet dann ist der shelly in betrieb vergleichen wir jetzt nun einmal die beiden geräte wie bereits erwähnt rein äußerlich ist da jetzt nicht viel passiert aber es kommt halt manchmal auch auf die inneren werte an weil der shelly in der neuen version hat halt einen stärkeren cpu und hat auch damit mehr speicher und kann auch zusätzlich kabel mit größerem querschnitt anschließen ansonsten sind halt die schnittstellen genauso geblieben und die leistungsaufnahme bzw die stromaufnahme auch und auch auf der rückseite gibt es hier nichts neues wie gesagt da finden wir den reset taster genauso beim alten und am neuen und die schraubklemmen wie gesagt der neue kann bis zu 2,5 quadrat anschließen was für leistungen bis 10 ampere ausreichen soll aber da das gerät sowieso nur 8 ampere maximal kann ist das hier eigentlich obsolet schauen wir uns jetzt nun einmal an wie wir diesen kleinen smarten schalter in eine schaltung integrieren ich habe hier eine kleine schaltung aufgebaut habe natürlich die fünf sicherheitsregeln der elektronik eingehalten und erst mal die spannungsfreiheit festgestellt ich habe hier einfach den stecker bezogen ich habe in meiner schaltung eine lampe einen schalter eine steckdose und einen taster der taster ist bisher noch nicht angeschlossen aber die steckdose und den schalter den könnte ich jetzt halt verwenden der schalter ist mit dem schwarzen kabel verbunden und der verbraucher also meine lampe mit einem der braunen kabel ansonsten finde ich halt hier noch ein paar wago klemmen worüber ich dann halt die stromversorgung hergestellt habe setzen wir jetzt nun den shelly 1pm mini in eine hutschiene ein diese bekommst du zum beispiel bei shelly parts recht günstig und ich schließe jetzt nun an den anschluss sw mein schalter an und an o habe ich meine lampe angeschlossen und zum schluss schließen wir noch die stromversorgung an der neutralleiter ist blau und wird an n angeschlossen und an l wird dann halt der leiter angeschlossen also der braune und damit ist unsere kleine schaltung schon fertig wir haben jetzt nun den shelly 1pm mini in eine schaltung integriert das könnten wir zum beispiel auch hinter einer steckdose oder einem da im lichtschalter machen dieser ist klein genug dass dieser dahinter passt aber halt auch nur in diese hohlwand dosen die kleinen schwarzen dosen die sind zu flach und da passt dieser leider nicht dahinter ich stecke jetzt nur den stecker ein und nun ist strom auf der schaltung drauf und welchen schalter betätige dann leuchtet meine lampe obwohl ich bisher nichts eingerichtet habe dass shelly erkennt halt dass ein schaltvorgang an der schraubklemme sw stattgefunden hat und schaltet dann das interne relay halt ein oder halt auch aus kommen wir nun dazu und richten das gerät einmal in der shelly smart control app ein ich suche hier nach neuen geräten und zwar nach bluetooth geräten das ist am einfachsten und das gerät auch wird auch gleich angezeigt ich kann hier auf gerät hinzufügen klicken und jetzt wird das gerät auch gleich mit der cloud und alles verbunden nun gebe ich einen namen wähle einen raum aus aber das kennst du sicherlich schon und jetzt ist das gerät eingebunden und ich kann es verwenden dashboard finden wir dann auch einige anzeigen zum beispiel der energieverbrauch in watt bei mir ist gerade 0 watt weil der verbraucher ist ja nicht eingeschaltet oben finden wir noch die anzeige für die momentane spannung diese schwankt in deutschen netzen immer irgendwas zwischen 220 und 240 volt und auch findest du noch einen großen schalter damit kannst du den angeschlossenen verbraucher ein und ausschalten und damit haben wir jetzt auch das gerät halt eingerichtet und wir können über die app jetzt den angeschlossenen verbraucher in meinem fall eine lampe ein und ausschalten und über den schalter in der schaltung kann ich ebenso dann halt den zustand umkehren gehen wir einmal in die einstellungen zu dem gerät über die app dazu wählen wir sein rad aus wählen die geräte informationen und dort finden wir die geräte ip wenn wir darauf klicken dann landen wir auf einem dashboard auf dem gerät selber und wir erhalten hier eine zusatzinformation und zwar sehen wir hier noch die ampere welche der verbraucher halt gerade zieht das ist besonders wichtig denn der shelly kann ja nur maximal 8 ampere schalten und so können wir halt auch im blick behalten ob denn das maximum halt erreicht ist oder ob der verbraucher halt nicht sogar zu viel zieht die shellys haben aber auch leider manchmal ein kleines problem mit der verbindung und zwar verlieren diese die verbindung oder bekommen eine neue ip-adresse in meinem fall wurde dem gerät halt die ip-adresse mit 141 am ende vergeben und diese möchte ich jetzt nun in meiner fritz box setzen dass der shelly immer diese ip-adresse bekommt also eine feste ip-adresse dazu navigiere ich über heimnetzwerk netzwerk suche das gerät mit der ip-adresse 141 am ende da habe ich den auch schon hier ist die ip-adresse und wähle dann den stift aus zum bearbeiten jetzt ist es nur einfach zwei klicks die ich machen muss und zwar adressen im heimnetz ip-adresse und dann dieses netzwerk gerät immer die gleiche ip-adresse zuweisen und das ganze muss ich jetzt nur noch übernehmen wenn das ganze gespeichert ist kann ich jetzt zu meinem shelly zurückkehren ich könnte hier jetzt auf den link klicken aber ich habe mir hier oben schon den reiter gewollt gehe dort in die settings dann wifi und z-static ip nun muss ich die ip-adresse manuell einmal eingeben das ist die 192 168 178 punkt 141 die subnet mask ist bei heimnetzwerken eigentlich immer die gleiche 3 x 255 und dann die 0 der standard gateway ist bei mir die 192 168 178 und die 1 und der dns ist genau der gleiche und wenn das ganze eingegeben ist muss ich jetzt noch zu meinem wifi netzwerk das passende passwort eingeben und kann auch hier auf speichern klicken und damit bekommt jetzt der shelly jedes mal dieselbe ip-adresse auch wenn dieser sich für eine längere zeit nicht anmeldet erkennt halt die fritzbox über die mac-adresse dieses gerät und der shelly bekommt immer die gleiche ip-adresse endlich ganz einfach und damit möchte ich jetzt nun dieses kleine video wenden ich hoffe es hat ihr weitergeholfen und wir sehen uns beim nächsten mal tschüss bis jetzt